Wenn deine Eltern herausfinden, dass du erwachsene Filme schaust. Loris, komm sofort ins Wohnzimmer. Mami und ich müssen mit dir reden. Ja, gerade. Ich bin noch schnell fertig. Bist du gut? Scheisse! Sie wussten sicher, dass ich die Internetseite besucht habe? Ich bekomme jetzt richtig Ärger. Loris, du schaffst das. Du hast jetzt alle Beweise vernichtet. Über wen haben wir reden? Loris, dein Grossvater ist gestorben. Ja, best für das Glück!